Nach der World Tour sind wir im April auf Alaska geflogen für ein Filmprojekt. Wir waren eigentlich zwei Wochen dort und hatten schon ein paar gute Heli-Tage. Danach wollten wir auf dem Gletscher ein bisschen mountaineering gehen. Ich hatte eine letzte Line-Choice und bin als letztes gefahren. Dann bekam ich ein kleines Slough-Problem. Dann hat es mich schon 250 Höhenmeter runtergetampelt. Ich bin über eine Minute gestürzt. Dann wusste ich, für jetzt ist es einmal hinüber. Aber das habe ich noch nicht das Ausmaß der Verletzung so realisiert. Ich hatte sechs Stunden Abtransport. Ich bin froh, wenn der Fuß noch dran ist. Ich bin ganz froh, wie es jetzt wieder funktioniert. Durch meine Verletzung habe ich wieder eine zweite niedergelegte Passion aufgerichtet. Und das Klettern. Vom Klettern her sage ich, das wäre ein brutaler mentaler Aufbau für mich. Dass ich einfach vom Kopf her so wieder brutal stark führe. Da muss man sich auch immer wieder mal überwinden. Denn wenn man mal stürzt, dann muss man auch da einfach wieder rauf. Und ich glaube auch, dass mir das ganz viel bringen wird für den Winter. Die Mädels bei mir in der WG, die sind Wahnsinn. Das ist ein ganz grosser sozialer Aspekt für mich. Und die kennen mich einfach. Und mit denen habe ich auch viel Zeit, wo ich mit denen einfach mal ausserhalb vom Sport reden kann. Oder einfach mal etwas anderes machen kann. Auch trotz Verletzung ist trotzdem Skifahren mein Leben. Und da bin ich 100% dabei. Und ich wollte letztens schon mehr, wie es gegangen ist. Und von daher muss ich mich einfach ein bisschen an meine Geschwindigkeit von der Heilung anpassen. Und ein bisschen geduldig sein. Und dann wird das alles wieder funktionieren. Ich bin George Rodney, 22 Jahre alt. Ich habe das Freeride World Tour gewonnen. Ich habe die Räuber in der Freeride World Tour gespielt. Ich habe mich auch noch mal wieder zurückgegangen. Ich bin jetzt noch mal wieder zurückgegangen. Was ich in der Junior Tour gesagt? Das war ein Riesk-Reward. Wie hat er das gemacht? Oh mein Gott. Er hat die größte, die größte, die Jäuhe-Karte von der Tag so far. Was es wert ist? Es ist einfach als das. Der erste competition hat eine große Crash. Die Baumhalle auf dem Land. Der Konverbiere hat eine wirklich gute Runde in meinem FIU. Der Konverbiere hat nicht viel coverage. In der Konverbiere, in der Konverbiere, ich fühle mich sehr gut in. Ich werde nicht ändern, weil jeder andere ist es. Veränder es, weil das was ihr fühlt. Er wird die Freeride World Tour der Ski-Title in seiner Rookie-Title. Das war der Karriere Highlight. Ein Highlighter in meinem Leben, für sicher. Ich wurde das Jahr in der Schule und dann in der Schule gegangen. Das war es in der Schule, aber ich werde noch einen anderen zu gehen. Ich habe sehr viel von einem Roller-Coaster in der Schule. Ich habe viel Druck auf mich. Aber jetzt, ich weiß, wie ich kann es. Es macht mich auf den Weg, den Weg zu gehen. In der Wilderung, in der Hände. Sitten da, einfach mal mit deinen Freunden. Und einfach relax. Geh weg von alles. Es ist einfach wie ich bin. Es ist eine Sache, wie das Off-Season, eine große Veränderung für mich in den letzten Jahren. Es ist einfach nur, dass es keine Off-Season ist. Es ist einfach nur, dass mein FWT nur auf die FWT ist. Das ist alles, was ich habe gedacht, dass ich mich aus der Bedeutung in der Morgen bin. Es gibt Zeiten, ich weiß nicht, ob ich will, wenn ich will, das ist. Es sind alle die FWT und Däuner, ob die Witz umgekehrt, oder ob es die Witz umgekehrt werden, oder ob es die Witz umgekehrt ist, was die Witz umgekehrt werden, ob es die Witz umgekehrt werden, oder drei Tage nachdem. Es sind alles die Witz umgekehrt, und dann immer wieder die Witz umgekehrt. Dasbstes die ich in den letzten Jahr hatte, das war, ich kann es nicht beat. Untertitelung des ZDF, 2020